Warte, es ist wieder zum Eintenspielen! Es ist wieder so lange her, als wir das letzte Mal Fireball und Watergirl gespielt haben. Jetzt sind wir endlich da am Start mit MrTrixxR. Wir sind keine Deutschen. Das bin ich. Die Challenge für heute ist, der, der am häufigsten stirbt, muss am Ende des Videos dem Gewinner... ...ein Ständchen singen. Ja. Das ist doch was Schlimmes. Du musst mir ein Ständchen singen. So, wir spielen mal das Level-Duck. Genau. Wir müssen den 2 String verenden und dann machen wir noch ein bisschen weiter. So, für alle, die es nicht wissen, ich bin Fireboy, Tobi ist Watergirl. Hör auf, das jedesmal zu sein. So, jetzt wird es ernst. Erster. Wow, wir haben das ein ganzer Zeit in Sekunden geschafft! Boah, was geht bei uns? Nächstes Level. Waren wir jetzt, ziehen da so ruhig an. Halt deine Klappe, das ist nicht die. Ich stell mich jetzt auf den Schalter. Ich muss da einmal springen, dann... Oh, ey, du bist so dumm! So, muss ich jetzt hier lang. Jetzt muss ich diesen Schalter hier oben legen. Damit, äh, genau unter den komischen... Oh, die sind grünen, ne? Was ist das denn? Düsen, nicht düsen. Ist das grün oder orange? Was ist das hier? Das ist orange, da kann ich nicht durch. Aber ich kann da durch, heißt, du musst da hin, wo ich bin. Äh, da muss ein Stein, da ist ein Stein. Warte, den muss man erst machen. Ja, den musst du auch machen. Ah, das muss ich machen, ja. Das muss alles tun. Jetzt kommt mein großer Einsatz. Nee. Ja, mach erst mal das Dings aus hier. Ach, jetzt muss ich... Oh nein, wieso sagst du mir das? Den hab ich doch gerade. Du musst mir gar nicht, glaube ich. Boom. So wird das gemacht, so machen das Pros, Digga. Vergiss nicht, links ist ein Diamant, den musst du dir auch üben schnell. Wie geht es euch? Du hast noch 10 Sekunden Zeit. Das bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, wir sind... Ja, cool. Wir haben mal wieder ein A bekommen. Weil ich bin Güte Klasse A. Weil ich bin Asiate. Wir sind Brüder. Also wenn du Asiate bist, wär ich auch Asiate. So, jetzt muss ich hier da... Du drüber und ich so drunter... Und ich bin tot. Das war alles geplant. Du drüber und ich drunter und so... Und so immer wieder... Und spring und so... Und spring dich da und mach das so... Boah, Alter, wir machen das ja eben so... Wieso springst du runter? Du musst zu deinem Ziel. Okay. Du bist so dumm! Alter... Alter, ey... Bist du KDS, oder? Okay, komm, gib mal Stifte A. Schon wieder ein A. Gute Klasse A wieder. So, äh... Also, ich drück jetzt diesen Hebel. Du musst dann immer so einen Counter machen, ne? Da muss der Stein da oben! Der Stein da oben! Der Stein da oben! Nee, du musst jetzt hoch und dann... Und ich springe nach rechts und ich springe nach oben und ich versuche hochzukommen und bin... Wir müssen irgendwie wieder von vorne starten. Oh, Tobias... Durchgefallen! My self one! Alter, was ist da denn passiert? Hä? Ja, der andere musst du auch noch umlegen. Aber wie das? Seit wann gibt's Doppelhebel? Hä? Was zur Hölle? Egal. Hä? Das ist ein Dämon. Erstmal den Stein... Mach das doch eben schnell! Dann haben wir das hinter uns! Dann haben wir das doch hinter uns! Der fällt aber gleich runter! Verstehst du das? So! Ähm... Siehst du? Nein! Siehst du? Was hab ich gesagt? Ja, das hat auch nichts mit mir zu... Doch! Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt! Was muss ich jetzt machen? Es ist vorbei! Jetzt musst du springen! Spring auf das Brett! Nein! Es reicht nicht, mein Gewicht! Spring öfters! Du musst ganz so... Tobi! Mein Gewicht reicht nicht! Ich bin eine kleine Flamme! Doch! Das reicht! Nein! Jetzt komm ich mit dir hoch! Guck! Warte! Das bringt doch nichts! Das bringt doch nichts! Leute! Ich stell mich da drauf! So! Jetzt kommst du hier runter! Hier lang! Muss ich hier runter! Ja, schieb das runter! In die Kiste! Dann kommst du da lang! Ich weiß schon, dass das cool ist! Ah, Leute! Wir haben es geschafft! Oh, Leute! Gute! Klasse! Ah, Digga! Was ist da los? Ne, ist ne Mission! Letzte Feuerte oder was? Nein! Kein Konto! Ich hab jetzt geschweige zwei Minuten... Alter! Einer nach dem anderen! Lan! Du erst! Erst du! Weil du die Frau das nimmst wirst! Ja, gib mal Stoff da! So! Und jetzt der Meister hier! Und... So! Und... Buf! 45 Sekunden! Güte Klasse A! Güte Klasse A! Nein! Oh! Tobi! So! Ein Level noch! Ein Strang! Wir müssen jetzt ein Strang machen! Kannst mal deine Klappe aufhalten! Alter! Du bist so verrückt, ey! Anons! 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 Sch! Mann! Jetzt lass mich doch durch! So! Jetzt spring ich... Ja, jetzt aber gerne! Ich will jetzt da! Du musst dich da drauf stellen! Dann komm ich hier auch hoch! Bye! Boah! Boah! Was ist so? Äh! 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 Ich springe und ich springe und... Es ist einfach nur die ganze Zeit Hebel! Aber komplex wäre es, wenn man darüber nachdenken muss! Was musste man... Alter! Das Bankdrücken! Erster! Du warst nur Zweiter! Pfff! Erster! Pfff! Du warst nur Zweiter! Weiter geht's! Dann 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 dann... Dann 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 dann... Ist das orange oder ist das Grün? Das ist... Das ist... Alter, halt mal! Mieser Dreckskerl! Chips Cola! Chips Cola! Chips Cola! Und ich springe nach rechts und ich springe nach links und ich springe nach rechts und ich springe drüber runter... Du hast die ganzen Dinge jetzt wieder umgestellt! Ja, aber die... Du musst die zurückstellen! Ja, aber ich bin doch grad dabei! Bist du dumm oder so? Ich kann da sowieso nicht runter, weil da Wasser ist! Ja, was hat das mit durch zu tun? Das ist gerade so... Lauf einfach weiter! Ich muss kann nur hier lang! Alter! Wegen links da, weil ich da sonst nicht drüber komme! Gib Stoff da! Na, jetzt hör auf! Es wäre doch zu schade, wenn ich ins Wasser fallen würde! Als Tod! Als Tod! Als Tod! Als Tod! Mann! Jetzt geh! Ich fahre extra hin! Ich schlag dich gleich! Ich mein's ernst! Springen! Springen! Oh Mann! Ich wollte eigentlich weglaufen! Mann! Ich wollte von der Tür weglaufen! Wir kriegen die ganze Zeit nur ein B wegen dir! Ja! Gute! Hab ich gesagt! Nein! Das hab ich nicht! Deswegen... Ich hab ja eh nichts anderes gesagt! Alter, du schiebst mich weg! Ja... Was muss ich überhaupt machen? Ja, den Hebel wieder drücken! Ich muss sagen, dass ich nach rechts komme! Und... Wir wollen den Diamanten auf! Nee! Echt! So, jetzt musst du wieder ganz links den betätigen! Jetzt wieder in der Mitte! Ah, das hängt so! So, jetzt wieder... Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Mach den wieder zurück! So! Jetzt den ganz links! Was? Äh... Und deine Mutter... Zu spät! Und ich war eine Mutter um 35 Sekunden! 36! Das war's, Leute! Das war der Strang! War's nicht! Der Strang! Und dann... Ach, was war der Strang? Leute! Das war's! Ich würde sagen, in der nächsten Episode gibt es dann... Ähm... Zwei Stränge... Zwei Strang! Zwei Strang! Und ich kann jetzt leider schlecht sagen, wie oft jetzt der überlege andere gekillt worden ist... Schau! Mann! Hey! Tobi ist viel öff... Ich bin kein einziges Mal gestorben und Tobi ist glaube ich dreimal oder viermal... Aber ich glaube dreimal so, weil ich dein Bruder bin und ich stehe hinter dir auch wenn ich neben dir sitze... Oh, du bist so dumm! Okay, äh... Ich würde sagen, ich singe einfach ein Ständchen vor, weil ich der Gastgeber bin... Ja, gut! Eins, zwei, drei... Äh... Und du sollte... Ich trage ne Kapi von anders... Und ich rede kein Deutsch... Darum heißt Matthias Mr. Tricks XL... Weil er so dick ist, deswegen Tricks XL trägt... Yeah, well, what is my cell phone? Yeah! 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 What is my cell... Deswegen würde ich sagen, tschüss!